Nein, ich spür meine Finger in mein Auge hüllen! Verdammt, keine Munition. Ein neues Schild, oder was? Nice. Ich brauche Munition, äh ja, Munition. Soll ich nochmal zurück rennen? Ich mein, komm. Boah, die paar Meter da. Hm. Boah. Hm. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Möge es dir helfen, viele Gegner zu töten. War mir wieder ein Vergnügen. Lass es nicht zu sehr krachen. Klassenmods? Okay. Ich hoffe es hilft. Man sieht sie. Du bist ein Klassenmodder halt. Klassenmods sind spezielle Objekte, die einen großen Bahn weiter an Charakterstatistik positiv beeinflussen können. Setende Klassenmods bringen auch Bonus-Skillpunkte. Ist doch geil! Ich will nicht reisen. Hohe Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Okay. Ja, ist so cool. Ja, ist so cool. Und wo müssen wir denn genau hin? Ähm. Nur ein bisschen weiter runter. Okay. Das ist ein ziemlich großes Dorf hier. Was ist denn da wer? Nicht, dass ich wüsste. Also gehen wir mal runter, ne? Obwohl haben wir noch Geld. Das ist ungewöhnlich. Der Firehawk hat die Bloodshots längere Zeit schikaniert, aber sie haben nie zuvor einen so umfangreichen Angriff auf den Firehawk eingeleitet. Ich frage mich, warum sie sich so sicher waren. 2-9-0. Okay, hier haben wir Munition. Da sind Soldaten. Okay. Wo muss ich denn da aufschießen und gab? Da gehen sie einfach. Da gehen sie einfach. Da gehen sie einfach. Na komm doch her! Makarov oder was? Makarov Das war kritisch! Komm mach den fertig! Geist weg! Geist weg! Alter wie viel, guck mal wie viel man Schuld hat ey! Wird das so geil! Stimmt das ist noch einer als der wenigsten Wo ist das gemein? Iridium! Geil! Pistole! Schrei! Warum? Warum? Du Feige! Bieten! Es wird mich nicht aufhalten Also auch schon irgendwie Wir haben ja noch eine Kiste gehabt Geld Dumtidum! Oh! Überall! Munition und hier bisschen Geld War klar! Geld! 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 Aber auch immer nur 4$! Ein bisschen schade! Warum so wenig? Ist wir da hinten irgendwo? Ne! Wir gehen einfach weiter! Ich hab keine Zeit für den Scheiß! Hallo! Warte, warte! Wir schießen auf den Goliath! Warte, warte! Wir schießen auf den Goliath! Ciao! Und von Hott newy gals! Wir schießen dem nichts mehr! Wir notifications haben disruptive Filkt bred YouTube Mir ist ne qué sai! Was ist assumptions Ist das showed infolive Was Das ist ja so viel gebracht. Na scheiße. 3 von 7 haben wir schon. Alter. Kleine Blutfontäne, aber nur eine kleine. Geld. Gesundheit. Lol. Geld. Geld, 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 regiert die Welt. Du denkst der Firehawk hat Roland, was? Ich hörte der Firehawk verflüssigt Banditen und dreht sie wie Fleisch-Smoothies. Aber Roland, bestimmt geht es deinem Kopf, Roland, gut. Wenn Roland gar nicht wie es so ein Vollidiot gewesen wäre, würde er... Das ist ja fast jetzt mein Geheimnisfahrer. Oh, sind wir verletzt? Oh. Ich müsste mir wirklich mehr auf den Kopf schießen. Nein. Bitte hilf. Ich habe Pizza gemacht. Ja. Ich mag meinen Geschmack. Was hast du jetzt? Die Schmerzen. Ich hör immer erst auf. Alle umgefallen sich. Alter. Was ist denn noch einer? Ne, das waren nur zwei. Okay. Was hat er denn gedroppt? Scheiße, Geld. Noch eine Scheiße. Ups. Tschööö. Wieder Muni verschwindet. Gehe. T. Now he happens. Okay, bald sind wir dann da. Töööö. Tööööööööööö어나's. Wir können P$joë ne, oder? Fuck, Alter. Alter, stirbt doch jetzt endlich, maaaal, danke. Ein neuer Sniper. Alter. Ja, die tauschen wir mal gleich. Du hast eine Elementarbehörde, die Entzündungsschaden verursacht. Entzündungsschaden sind sehr effektiv gegen Fleisch. Ja, die kann ich gut gebrauchen. Ne Entzündungswaffe. Okay. Können wir gleich mal ausprobieren, wenn jemand immer wieder ankommt. Vor den Dorftradeln. Dann haben wir Munition. Okay. Munition oder was? So. Dürfte ich was erklären? Nein. Selbst wenn du Roland vor diesem Firehawk rettest. Die Crimson Raiders ziehen dich nicht gerade nach dieser Welt. Weißt du was? Ich glaube du verdienst deinen Klent. Mein Geheimnis hat damit zu tun, dass der Schatzgoblin. Das ist wie bei Diablo so ein Schatzgoblin. Du bist tot. Die gibts hier auch? Alter geil. Ne Schatzgoblin. Ich bin ein Stalker. Seh ich gerade unten an der Leiste. Ne warte mal. Achso. Das geht natürlich auch. Spannende Musik. Ich bin ein Stalker. Der Prinz und der Leiste. Entfernen? Entfernen! Die Cauchisse sind dann noch nicht. Das ist schon ein bisschen cool. Es ist ein Skin Unpossum, schau dir diesen Skin für das Schnellwechselsystem frei, wenn er aus deinem Inventar raus verwendet wird. Was man ja alles so findet, ne?